Dieser Volkswagen Charan ist hier zum Verkauf angeboten. Der braune Van ist 5-türig, bietet Platz für 7 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 137.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 170 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. . . . Bis zum nächsten Mal.